In diesem Video geht es um die besten Kaffeepad-Maschinen. Der Qualitätssieger in unserem Kaffeepad-Maschine-Test geht an den Philips HD 7865. Die Senseo Quadrante Kaffeepad-Maschine macht jeden Kaffeemoment zu etwas Besonderem. Köstlicher Kaffee jetzt mit einem noch intensiveren Geschmack dank der Senseo Kaffee Boost-Technologie. Senseo Kaffee Boost holt das Beste aus ihrem Pad heraus. Die 45 Aromadüsen sorgen für eine feinmaschige Verteilung des Wassers über das gesamte Pad. So wird der volle Geschmack aus jedem Gramm Kaffee extrahiert. Dieses einzigartige System kombiniert eine einfache Bedienung mit modernem Design. Senseo bietet Ihnen eine große Auswahl an Kaffeemischungen und Geschmacksrichtungen. Die perfekte Crema vervollständigt Ihren Kaffeegenuss. Die feine Senseo Kaffee Auswahl und das einzigartige Senseo Brühsystem garantieren eine leckere Crema bei jedem Kaffee der Beweis für besten Geschmack und erstklassige Qualität. Genießen Sie mit der Senseo Kaffeemaschine eine oder zwei Tassen Ihres köstlichen Senseo Kaffees in weniger als einer Minute. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist die Philips Select CSA 240. Wählen Sie mit Kaffeestärke Wahl plus mühelos Ihren Lieblingskaffee aus. Verschieben Sie den Slider intuitiv für einen milden und starken Kaffee oder leckeren Espresso und schon wird Ihre nächste Tasse Senseo zubereitet. Genießen Sie Kaffee ganz nach Ihrem Geschmack, indem Sie die ideale Intensität und Menge Ihres Kaffee individualisieren und abspeichern. Die Crema Plus Technologie sorgt für eine besonders feine und samtige Cremaschicht bei jeder Tasse Senseo Kaffee. Passen Sie die Position des Auslaufs an Ihre Lieblingsstaße an. Durch die Direktstartfunktion wird Ihr Kaffee direkt nach dem Aufheizen der Maschine zubereitet. Diese Kaffeemaschine ist für die Zubereitung von ein oder zwei Tassen köstlichem Senseo Kaffee auf Knopfdruck konzipiert. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Kaffeepad-Maschine-Test ist die Philips Crema Plus. Das neue, einzigartige Senseo Crema System Crema Plus garantiert jetzt eine noch dichtere, goldbraune und feinporige Crema bei jedem einzelnen Kaffee. Die Senseo Kaffee Boost Technologie bietet ein noch besseres Geschmackserlebnis. Dank 45 Aromadüsen ist eine feinmaschige Verteilung des Wassers über das gesamte Pads sichergestellt. So wird der volle Geschmack aus jedem Gramm Kaffee extrahiert. Bereiten Sie Ihren Lieblingskaffee mit der von Ihnen bevorzugten Kaffeestärke und Geschmacksintensität zu. Mit der Funktion zur Kaffeestärke-Einstellung können Sie zwischen einem kleinen, starken und einem milden, normalen Kaffee wählen. Genießen Sie mit der Senseo Kaffeemaschine eine oder zwei Tassen Ihres köstlichen Senseo Kaffees in weniger als einer Minute. Falls Dir das Video gefallen hat und Du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar freuen.